Traits updaten. Okay, was bekommt denn noch? Okay, hier, Lapis. Plus, plus, plus. Brauch mal Emeralds, Bro. Ja, ich bin dabei. Digger, was ist das denn jetzt hier? Lillipads zu Emeralds. Flaschen zu Emeralds. Kann ich hier noch so weiter mit alten Sachen leveln? Geht das nicht auch? Mit alten Traits? Wenn ich jetzt quasi den Trait hier immer weitermache? Ja, okay, das geht. Ich hab hier noch ein paar Emeraldien für dich. Ist geil. Bringt mir mal grad nichts, Tobi. Ich brauche, ich brauche Glasbordels. Acht Stück. Ja, das habe ich, also, habe ich jetzt nicht hier. Dann hol Glas und brenn das schnell. Digger, ich hasse es, dass du nicht tryst. Das wirklich nervt mich so. Du bist so schlecht. Ey, der kann hier raus. Ey. Ich bin schlecht. Also, ich habe jetzt Sand. Ich brenne es. Nein, brauchen wir nicht mehr, Bro. Ist egal, wir brauchen einen neuen Villager. Vielleicht hat er nächstes Jahr auch. Digger, hier ist nur ein Kleinwüchsiger, so ein Kind. Ich brauche einen großen Villager. Wo ist hier so ein Arbeitsloser, Digger? Hier ist einer. Ist der arbeitslos? Ja, der sieht sehr arbeitslos aus. Okay, wir müssen den irgendwie da hochbekommen. Ja, guck, der Kerl hat gerade, der macht, geht eh dahin, wo wir wollen. Ja, guck mal. Digga, jetzt ist ja noch ein Wandering-Penner, Alter. Ey, der geht woanders hin. Nein, der wird Farmer. Kann er nicht mehr? Jetzt muss er in die Kirsche eigentlich gehen. Bro, warte, ich mache ein Boot. Nervig, Digger. Digger, wo willst du hin? Ich versuche mal, den anderen da reinzulosen. Wir brauchen eh ein paar vielleicht. Guck mal, Digger, deren Pathfinding ist doch eigentlich so simpel, Digger. Der muss doch... Tobi, bau das einmal ab. Den Blaze-Ding müssen wir einmal abbauen. Den Brewing-Stand. Ja. Machen wir jetzt gesagt. Warte, kann ich den Brewing-Stand nicht einfach neben den anderen Villager? Nee, den anderen Villager geht das nicht auch? Kannst du essen, Farm, Bro? Digga, der hat sich jetzt wirklich da hochgebaut zum Farmer, der B****. Du hast die ganzen Emeralds noch, ne? Ja. Okay, Bruder, guck hier. Da, okay, korrekt. Wir handeln. Gib neu ein Trade. Gib neu ein Trade. Ja, der muss kurz sein Trade updaten. Kann ich Karotten nicht mit Bonemail hochpflanzen? Nein. Was machst du? Was so? Nein. Karotten, äh... Ich brauche Emeralds wieder, Bro. Ja, wo bist du? Digga, der hat die gleichen Scheiß-Trades wie der andere. Oben bei dem Villager. Oben beim anderen Feld. Ei, ei, ei. Das ist ja unglücklich. Gib dem alle, ne? Ist der schon wieder Scheißer? Oh ja, er hat Enderperlen. Let's go. Clean. Okay, zwölf Stück gekauft. Ich kaufe noch mehr. Was brauchen wir jetzt noch? Flays. Muss ich jetzt erstmal was anderes von ihm kaufen oder wie isch das, damit er das wieder bekommt? Braucht er ein Haus oder so? Das kann ich tun. Braucht mehr. Zwölf Stück würden gerade so reichen, aber ich würde am liebsten noch ein bisschen mehr haben. Ich muss warten. Einen Tag warten? Je Salome, Bruder. Okay, dann gehen wir so lange in den Nässe und sperren den hier oben ein. Gut. Okay Sebastian, ich brauche jetzt vieles Konzentration hier. Jetzt nicht hi 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 ha ha, wir müssen jetzt ernst machen, okay? Ich bin gerade am Weg nach oben. Ich bin schon im Portal. Ich brauche halt noch 50 Blöcke hoch, ne? Cool. Okay, versuche ich jetzt eine Enderfestung. Ja. Hab fast. Ich gucke mal die Kordis kurz an. Ne, ich bin am End. Also ich bin gerade beim Drachen. Digga, aber auch so unlucky mit dem scheiß Seed, ne? Der ist wirklich scheiße. Du, Bro, wo bist du jetzt im Nether? Einfach gelaufen. Ja. In eine Richtung. Aber in welche? Nach links. Ich gucke gerade Richtung Westen. Ich bin einfach nach Westen gerade auslaufen. Verstehe Koordinaten nicht in Minecraft. Das stimmt wirklich. Aber hier ist keine Festung weit und breit. Oh mein Gott. Wie kann ich mich saven eigentlich? Bist du durch den Wald gelaufen? Ja, auch. Weil ich fühle mich wie ein Minecraft-Maro. Ja. Das bremst uns halt einfach aus. Ich bin jetzt abgedriftet von meinem Weg. Digga, das ist der dümmste Speedrun aller Zeiten. Und der langsamste. Vor allen Dingen ist der... Also wir haben OP. Weißt du, was ich meine? Digga, wir haben OP-Stuff und Verkacken trotzdem. Aber wir finden... Also die meiste Zeit geht drauf, wenn wir das Dorf suchen und... Shit. Ich halb... Ich... Ist das eine Festung? Ja, ne? Ich hab eine. Ah! Oh! Ah! Oh! Oga-Boga, Junge! Was machst du? Das darf man im Speedrun, alles gut. Tötet den Enderman wegen der Perle. Wie weit sind wir vom Leather-Portal weg, Bro? Sei ehrlich. Aus dem Blöcke. Halt's Maul, nicht ehrlich. Doch, ich bin sehr... Ah! Ah! Digga, komm, wir machen lieber rein, schnell. Wir werden schnell einfach durchlaufen, vor dem Wither-Spieler. Zwei Stück. Wo hin jetzt? Der nach rechts ist der Blaze-Banner. Kein Blaze-Banner. Oh mein Gott. Zwei Blaze-Banner hier. Wie viele Blaze-Banner hast du? Ich hab gerade eine, hier. Wir müssen eigentlich die ganzen Spawner hier direkt zubauen, den Raum. Ich hab jetzt 18 Stück. Ich will auf jeden Fall noch eine Charge mehr haben. Über Ender-Perlen hast du? 11? Aber das würde halt, also 20 Perlen wären, schon ganz gut oder so. Das reicht, Bro. Safe, weil die Augen gehen ja kaputt. Die Augen gehen kaputt. Nee, die fallen doch wieder. Nicht immer. Die haben dann eine random chance, dass sie ja kaputt gehen. Das ist kacke. Lass uns doch eins holen. 20% wäre alles, die kaputt gehen. Das reicht, okay. Sicher? Was sagst du? Wollen wir abhauen oder nicht? Ja, ja. Warte, wie viele Augen brauchen wir? Zwölf Augen halt fürs Portal. Da haben wir noch 8 Perlen? Ja, ich doch. Da sind ja schon welche drin. Okay, jetzt haben wir genug. Jetzt go. Du weißt, wo das Portal ist, ne? Nee. Also die Koordinatenwelt. Ja, okay. Wo ist das? Warte, wir gehen direkt hinlang. Nee. Wahnsinn. Okay, ich hab's. Sag genau, Kotz. Minus 170, 101. Höhe, sie gemacht. Digga, der Nether. Ach, Mann, Alter. Ich hasse sowas ja. Was denn? Der nervigste Nether seit aller Zeiten gewesen. No joke. Wirklich, ne? Es ist insane, ehrlich. Und auch der längste Gefühl. Wir haben noch einen. Jetzt sind wir da. Nee, noch nicht ganz. Bruder, warum dauert das so lange? Ich könnte kacken, könnte ich. Das Einzige, was du beim Speedrun brauchst, ist Geduld, mein Lieber. Nein, genau die halt nicht. Mann, die Dumme. Wir sind schon tausend Stunden gelaufen. Über dir beim Friend. Ich bin da. Oh, wo bist du denn runter? Hier am Wasser. Am Wasser ist doch dir. Ich bin drin. Ich hab's das ernst gemacht. Ey, wo ist denn das wirklich? Wahnsinn, Wahnsinn, Digga. Wie kann man denn auch so ein Dungeon bekommen noch dazu? Schade, einfach. Schade, einfach wie der Enderdrache uns an der Nase rumtanzt, oder? Wir uns herumblässt. Ja. Hey, Bro, okay, das Dungeon ist einfach fucking huge, Mann. Ich hab's. Sehr gut. Yes, progress. In der Mitte, dass ich reinsteine, ist doch dumm, oder? Das muss man von innen aber machen. Dann kannst du zubauen. Nein, Tobi, es geht nur für den Framebau. Okay. So, hier sind Kürbis noch irgendwo. Schau mal hier. Aber der ist nicht geschnitzt. Wie macht man das? Mit Schere? Oh mein Gott, ich kann sogar mit Schere machen. Willst du Kürbis haben, Bro? Nee, ich hab Schere. Ist einer gesnitcht? Gesnitcht. Ist er gesnitcht oder nicht? Ich hab schon drei Türme kaputt gemacht. Ja, ich mach jetzt gleich auch mit, okay. Kann ich hier einfach so draufhauen? Ich hab noch einen. Nice. Ich hab auch noch einen. Nein, ich muss Water Damage hitten. Oh! Oh mein Gott, König. Einer, nur noch einer, ne? Hast du einen Kürbis auf? Ich seh hier nichts. Ja, ich hab Kürbis auf. Kriegst du den? Ah, Digga, da wollte ich sogar eben hoch. Nein, 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 das war eine andere. Ja, ich bin schon hoch. Du warst einer neben Schlafagriff fürs Born. Actually, fuck, komme die, Mann. Nicht dahin in die Lila Pampa. Und dann soll man runterkommen. Wie lange braucht denn das Scheiß, bis es hier weggeht, dieses Drachenblut? Jetzt musst du halt warten, Digga. Kann ich halt mit der Ambus hitten, aber. Oh! Kommt der? Das hat ja gar kein Damage gemacht, gefühlt. Das bringt halt überhaupt nichts, wahr? Toll, ich hab drei Pfeile. Komm doch runter, du Lapen! Der hat abgeblockt! Der was? Der hat das mit diesem Drachenatem abgeblockt? Okay. Wo kommt der denn? Eklig, Alter, ekliger Penner. Er kommt nicht runter. Er kommt runter, er kommt runter! Oh Gott! Bett zünden! Ich kann nicht. Ich bin weggeboxt. Stopp! Oh Gott, ich bin tot. Bitte Water-Imagey, bitte Jesus. Mach dir, Mutter Gottes. Oh! Oh Gott. Jesus, noch Water-Imagey. Oh! Ich bin eine Legende. Digga, der kriegt kein Damage davon. Mach mit Schwerd. Es macht wirklich Damage, guck mal. Geh mir die Pfeile ab, ich bin die Pfeile ab. Guck mal, ich hab ihm Hälfte schon gezogen. Oh, guter Hit. Oh, er kommt wieder. Hitten, Spam. Raussspam. Schaffen wir nicht. Ich glaube, das ist der esengste Drache, den es hier gab. Ja, den Bogen haben wir gleich. Hä? Ich hab... Was? Ich... Es ist einfach nur... Ich schreibe ihn gleich. Oh nein. Oh Gott, ich hab mal bis jetzt. Bitte Enderman. Ich hab das nicht gelehnt. Er kriegt kein Damage. Oh, er ist so zauber. Hab ihn hittet? Hittet! Noch ein Hit! Ja! Let's go! Digga! Ja, lange genug dauert dieser Scheiß. Junge, Junge, Junge. Okay. Drei, zwei, eins und so. Eins und ran. Oh, Junge, Digga. Hey, so ein... Unlucky Speedrun noch nie in meinem Leben gesehen. Den könnte man länger als für andere. Oh, no joke. Mit Lucky Items, aber dann halt einfach alles beschissen gewesen. Lucky Items, aber Unlucky Seed, wie man so schön sagt. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Schaut bei Tobi vorbei. Tschüss! Äh, das wollte ich jetzt nicht. Gibt's sonst noch was, was ich mir ansehen wollte? Ja, Leute. Was geht ab? Hallo am Start. Und herzlich willkommen zu einem neuen Versuche-nicht-zulachen-Video hier auf meinem Kanal. Heute zusammen mit Denergy mit neuer Mütze. Was geht ab? Hi! Ich hab eine neue Mütze und ich wollte das einfach mal kurz hier in den Raum werfen. Cool. Ja. Wie findest du sie? Ich kann sie ja nicht sehen, also... Ja. Aber gut, Freunde. Ihr seid schon am Titel. Wir machen heute nochmal eine Versuche-nicht-zulachen-Challenge. Und heute wird wirklich nicht gelacht. Das hier ist, by the way, die allerletzte Folge im Jahr 2021. Was? An der Stelle erstmal, hey. Hey, im nächsten Jahr gar nicht mehr. Danke. Danke, im nächsten Jahr, jede Woche, weil die Klicks müssen ja weiter gemacht werden. Jo, nächstes Jahr bin ich ein Vater geworden, denn ich hab gekennzeichnet bekommen. Okay, Mann. Bisschen cringe, ne? Ich hoffe nicht mit Alina. Deswegen ist die Fette. Ich hab mich selber gekennzeichnet. Ja, hast du. Alter, hey. Ja, gleich erstmal den Arm von Michel ausholen. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir labern dich in Aktivierung rum. Lasst dir mal einen Daumen nach oben da. Wirklich zum Finale dieses Jahr scheppert noch einen Daumen raus. Finale. Oh, Finale. Hey, Daniel. Der Verlierer? Letztes Mal haben wir es vergessen. Ganz kurz, Digger. Der rennt dagegen und tut es uns während nichts. Irgendwann einfach weiter. Guck, warte, warte, warte. Du musst auch mal sehen. Digger, er redet. Er läuft dagegen. Er macht einfach weiter. Zuerst nichts passiert. Guck. Ja, die sind nicht passiert. Das ist ein Wahnsinn. Hey, ab jetzt der Verlierer muss bei einem Instagram-Model kommentieren. Das haben wir in der letzten Woche vergessen. Junge, warst du Instagram-Model, Bruder? Also, jeder schreibt bei Alina, okay? Ja, okay. Ja, das ist eine gute Bestrafung. Dann versuche ich mal nicht zu lachen. Oh nein, im Notfall muss ich auch meiner Freundin kommentieren. Nein, irgendein Instagram-Model. Ja, okay. Komm, let's go I really wish I had a shopping cart right now Okay, I will nein, let's go Okay, I will nein, let's go Here we go Oh, scheiße Der Salon Der Salon Oh mein Gott Digga, der erste Clip Komm mal, da wird so verlieren wir nicht Nein, nein Mein Gott, Digga Nein, nein, nein Fuck, ich hab's so verkackt grad, Digga Bro, nein Das sind geil, Digga, am Ende Oh, ich suche so ein richtig cringiges Ah, Digga, geil Ey, Bro, ich war grad voll im Video Ich hab's voll vergessen Ja, ich hab's auch voll vergessen Wir machen jetzt weiter Nee, lass nochmal Gar nichts nochmal, Junge Nein Äh, okay Oh, Alter Das ist gepresst Was passiert? Nee, der Stuhl ist gekracht, weil der zu schwer ist Hatste das auch schon mal eigentlich? Ja, hatte ich, Digga, ehrlich gesagt Okay Ich wollte nur nachfragen, Mann Alter Hä? Er gibt Kopfnuss Warum macht er das? Diese Wucke Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, ist vorbei Oh, clean, Mann Oh, äh Oh, äh Clean, Mann Digga, das wärst du als Bär Kickt einfach in nichts hin Oh, ein Cool Äh Alter Oh, Tony Hawk, I'm fatter Nee, Matthias eher Jetzt aber, Matthias, los geht's Nein Oh, Digga, die druckt die neue Katze aus Alter Was kommt? Yo Oh, mein Gott, Alter Oh, geil Oh, geil Oh, was ist das noch? Ey, diese Welt ist so abgefuckt Alter Diese Welt Ach, Fleur I'm so ready Ich war auch mich lachig da drüber Sag doch Heutz Alter, Wini mit einem Pferd, Junge Boah, Digga, was ich jetzt hab! Tschüss! Digga, in Instagram wieder irgendwo. Boah, das ist das so wild, Digga. Digga, ne. Ich will mit dem Saukromat erfüllen, ja. Die wenden Geld drauf. Digga, das ist so dumm, man. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Digga, der Hund sitzt so, Digga, da f*** mein Leben, man. Warum, warum setzt man sich denn schon da drauf? Warum, warum? Aaaaah! So Karma, Alter. Yo. Oh, digga's bird. Ich liebe das, Digga. Look at that big a bird. Der wollte ihr Schminke abhauen, kauf mal Rewarfen. Wie random war das grad? Warum hat der die gegen das Regal ge... Gescheppert. Why are you burning? Why are you burning? Hast du ein Würstchen? Oh, oh mein Gott! Dirty! Was hat das? Merd-Watan? Äh... Dude, perfect! Oh, getroffen! Oh, da bin ich! Oh ja, das war ich! Oh! What the fuck? Mom! 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 Oh nein, das geht so lange jetzt. Mami! Mami! Mama! 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 What? Boogiegingang! 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 Halt! Nein, ich spinne! Ich will weggucken! Boogiegingang! 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 Ja, Mann! Spinni! Geil! Oh, der Typ! Den kann ich... Spider! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Alter! Alter! Oh, okay! Oh! Okay... Oh, dude, oh! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Yeah, man! Das ist ein neuer Trend oder so? Nein! Keine Ahnung! Hunderttausendmal gesehen Achoo! 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 Hoiii! Good night, girl! Ich glaub der Typ, das ist das originale Video, der ist auf seinem Schreibtisch und so nach hinten umgekifft Beste Ding, Bro! Deine Mom, Digga! Die editieren einfach alles da rein! Das ist das! Dann kannst du das, dann kannst du das machen! Bumm! Das ist der NBA-Slam! Das war vorbei, Bro! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wie viel Aufwand! Junge, was ist denn das? Das ist so dumm, Digga! Du bist ja nicht scheiß krank! Der macht drauf und da steht dann der Killing in den Bitch in den Tiddy! Das sind diese gestellten Videos, Digga! Oh nein! Oh du safe, man! Hey lol! Das ist schon so dumm! Weil die Leute einfach nur noch einmal komplett auskennen, ne? Okay, so, dann bekommt man einfach komplett aus! So, dann hast du meine Trusky, stopwatchen! Hier kommen sie nach die Hölle! Wie viel ist denn da? Rüben ist in der Lied! Oh! Oh, jeez! Bro, ein paar Schreiber! LUL Okay, man Ah, da wird lecker Essen gemacht Hast du jetzt erst nach 30 Sekunden den Climplot gerafft oder was? Alter, ich muss los Boah, ich kenn die Climps, die Katze nimmt jetzt auseinander Die leck, ne stimmt Das war die Alte, die in Twitch-Livestreams mit ihrer Katze rummacht, Junge LOL Geil Ja, da geht's Oh, not again Come on Steve What did I say about mining in my backyard Look at this giant hole you made, man Have some respect Oh shit Okay, Freunde, zwei Nee, gar kein Clip mehr, jetzt reicht's mehr, Junge Ja Junge, ich raste hier auch komplett aus, wie viele Climps davon wollt ihr noch kommen, Junge Kann nicht mehr, ich schwöre Ey, Daniel Perfekt Hey, danke Was kennst du doch von früher? Niemals Sheeran David, Bro Du kennst doch Sheeran David Nein, nicht niemals Sheeran David, Bro Das kann echt wieder für Wellen sorgen, Digga Ja, das ist ja schade, ne Ja, man kann ja mal fragen, ob man vielleicht mal Songs zusammen macht Nein, 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 nein Das ist eklig, Digga Nein, das ist eklig Bro, ist doch nix dabei Bro, bitte nicht, nein, nicht das Shirin Babe heißt sie oder so, ne Ey, nicht diese Richtung, Digga Warum nicht? Sie heißt Sheeran FP Nee, nee, sie heißt Sheeran Ich hab's aber schon gefunden Nee, Sheeran David heißt sie, ganz normal 5,8 Millionen Follower Okay, nee, ey, was anderes Das ist unangenehm Also warte, geh auf Shirin, ihr neustes Bild Und kommentier, genauso heiß wie früher Bro, wenn sie das Ich werd nie irgendwann eine Chance haben Genauso heiß wie früher Wie, du wirst nie ne Chance haben Nie ne Chance haben, mit den Features zu machen Junge, die kommentieren Oh Gott, wenn alles in den Kommentaren ist Nein Ja, ja, ich seh's grad Ne ganze Menge Echt Nein, 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 nein Ja Kommentare Denergy, genauso heiß wie früher Kommentieren wir direkt über OH-Frage-Zeichen Ey, 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 ey Mach das nicht groß jetzt, Digga Reicht doch jetzt Super, Leute, ich will sagen, das war's dann heute mit dem Video Wenn ihr das Video auch genauso heiß wollt Ja, wo der Ecke Hopst Ahhhh Haut da rein Was war denn das? Alles das? Ich glaub nicht Nee, das war das nicht Was war denn das? Nee Ich werd grad völlig blöd, oder? Was war denn das für einer? ja genau das auf jeden fall nicht der wo ich hören wollte und soft ja die 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 wieso gibt es diese scheiße alter wach mal so ich bin so richtig überfordert das war das selber auch nicht hä was soll das sind so ich bin grad voll blöd wenn ich das wüsste also wie der song hieß das war noch von tik tok sogar ich glaube nicht dass ich den jetzt noch finden werde ist der save auch nicht wie ging denn der boah leute ich weiß leider wirklich nicht mehr wie dieser song ging also ich habe keine ahnung wie der hieß ich bin voll dumm egal ich bin auch an der stelle jetzt raus sollte ich habe gesagt ich mache noch ein bisschen ich dachte ich finde den auf anhieb aber keine ahnung ich finde gar nicht mehr keine ahnung was los ist gut leute dann reden wir jetzt an der stelle noch jemanden ich habe schon so gesehen der gute alte surely tv ist gerade live auf twitch dann würde ich sagen reden wir mal den guten boy hier gucken ob er gleich kommt surely tv hier ist er ja leider gerade auch am stream auf jeden fall leute war wie immer ein geiler kleiner stream gewesen leute freut euch auf jeden fall schon mal auf morgen leute da wird auf jeden fall horizon zero dawn weiter gezockt ich hoffe ihr habt euch auf jeden fall alle dermaßen gut amüsiert dass es auf jeden fall schön war und seid brav bei dem captain auf jeden fall der tut gerade ghost of chushima tut er gerade streamen auf jeden fall seid natürlich brav euch auf jeden fall allen noch eine wunderschöne nacht bedanke mich für alle die mit dabei gewesen sind und ich würde sagen wir sehen uns dann beziehungsweise hören uns morgen bei einem neuen stream wieder leute bei viel spaß oh polaris vielen lieben dank für den raid mit einer person und was habt ihr ein schönes gestreamt ja los gespielt und schaust chatting über was hat es ein nettes gequatscht und war es ja Gute Frage. zum beispiel über kinder oder so die von ihren eltern an weihnachten nicht ihren wunsch gekriegt haben ich finde ich finde das ja generell weihnachten ist halt einfach nur mehr geldmacherei und geht es geht heutzutage nicht um das was eigentlich geht sollte sicher nicht zur nordostküste da müssen wir haben mit der hauptmission sowieso wb luci das mit herausforderung das kann ich noch ganz gut muss ich sagen ha ja so Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.